Beschwerde über Reisebüro, B2 Briefschreiben Sehr geehrte Damen und Herren! Ich schreibe Ihnen, um meine tiefe Unzufriedenheit mit den kürzlich von Ihrem Reisebüro erhaltenen Services zum Ausdruck zu bringen. Vor zwei Wochen habe ich bei Ihnen eine Reise gebucht, da mich Ihre Werbung, in der Sie 100% Wert für das Geld und ausgezeichnete Services von Hotels bis hin zu Sehenswürdigkeiten versprachen, überzeugt hat. Leider wurden jedoch keine meiner Wünsche erfüllt. Mein Hotelzimmer lag direkt über der Küche und war deshalb sehr laut, was meine Erholung erheblich beeinträchtigt hat. Ich hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich ein Hotel benötige, in dem ich mich gut erholen kann. Zu meinem Urlaubsort gab es zudem nur sehr wenige Sehenswürdigkeiten, obwohl ich klar geäußert hatte, dass ich die Kultur erkunden und viele Sehenswürdigkeiten besuchen möchte. Ich habe die Reise viel früher gebucht, dennoch wurde meine Wünsche nicht entsprechend geplant und berücksichtigt. Das Erlebnis war insgesamt sehr enttäuschend und entsprach nicht den Erwartungen, die durch Ihre Werbung geweckt wurden. Ich fordere Sie daher auf, mir mein Geld so schnell wie möglich zu erstatten. Sollte ich keine angemessene Antwort von Ihnen erhalten, sehe ich mich gezwungen, mich an die Verbraucherzentrale zu wenden, um mich über meine Rechte als Verbraucherin zu informieren. Ich erwarte eine baldige Lösung für diese Angelegenheit und stehe für weitere Diskussionen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie mich unter der unten angegebenen Telefonnummer. Mit freundlichen Grüßen Über die Umgicide Untertitelung des ZDF, 2020